Wenn ich in diesem ventralen Wagungszweig bin und die soziale Interaktion ist möglich, dann kann ich auch im Hier und Jetzt sein, dann bin ich gegenwärtig, da kann man auch sinnvoll meditieren zum Beispiel. Ja, und dann findet in mir selbst auch so eine Bewegung statt von meinem Kern zur Peripherie. Und in dieser Ausdehnungsbewegung, da steckt ja auch das, was reich lande, Lust drin, das lustvolle Element. Er hat ja so ein Modell der drei Emotionen gehabt. Und ja, wenn also jetzt eine Beziehungsbegegnung energetisch hoch schwingend lustvoll sein soll, dann braucht es eben genau das. Und wenn ich aber im Gegenzug mich in der Wegbewegung befinde, aufgrund von Angst, also in der Kontraktion, also im dorsalen Vagus befinde, dann kann ich keine Beziehung aufbauen. Dann habe ich eine Beziehung mit mir selbst in dem Moment vielleicht noch, wenn ich Glück habe. Aber wenn es ganz schlimm kommt, dann ist man eben am Dissoziieren und kriegt gar nichts mehr mit. Dann ist man halt die Schnecke, die sich tief ins eigene Haus zurückgezogen hat und hat es vielleicht noch nicht mal mitbekommen. Was viele Menschen dann wieder mitbekommen, ist die dritte Emotion, die Reich dann ja beschrieben hat. Das ist dann die Wut. Und das ist dann wieder die Rausbewegung, auch aus dem Shutdown-Zustand, was eben dann die Mobilisierung ist. Aber die Energie geht dann vor allen Dingen vom Kern wieder in die Muskulatur. Und da macht sie dann die Mobilisierung. Und ja, da geht es dann schnell auch in diese Kampf- und Flucht-Tendenzen wieder rein. Und da ist also der Mensch, der dann also von Beziehungsangst geplagt wird, der befindet sich dann eben häufig zwischen, pendelt häufig zwischen Wut und Angst hin und her und kommt eigentlich gar nicht in diese ventral-vagale Verbundenheit rein. Und da geht es dann wieder hin.